moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinen kanal danke dass du daraus wieder eingeschaltet hast und ja heute geht es weiter mit der 5m reihe und ich habe vor euch einen imbiss shop und ja den zeige ich euch erstmal und danach kommen wir auch zur installation so hier haben wir einen grünen kreis können hier e drücken und somit können wir hier einfach so essen oder auch trinken und zwar wir kaufen das quasi und fügen uns das sofort hinzu das heißt wir kaufen das nicht in unser inventor sondern essen das gleich oder trinken es gleich und das lädt sich halt dann mit dem essen halt immer wieder auf das heißt er isst halt immer ein stück und dann wird auch das essen etwas aufgefüllt so wie bei dem trinken dann auch jetzt auch wieder weg bewegen das füllt sich halt nach und nach auf kann ich jetzt halt nicht zeigen weil ich so gut wie full bin und trinken halt das gleiche können wir uns auch wieder bewegen easy going und oben ist trinken halt komplett voll jetzt ja soweit so gut kommen wir zur installation ja den link findet ihr unten in der video beschreibung einfach herunterladen und einfach entpacken somit habt ihr diesen ordner hier wir kopieren uns auf jeden fall diesen namen einmal heraus und gehen auf unseren server drauf am besten so den server einmal ausmachen aber das kennt ihr ja schon alles so als nächstes gehen wir in den resource ordner und ziehen ihn einfach hier rein so ich überschreib das jetzt aber euch sollte es nicht so sein weil ihr den ja noch nicht habt also gut drauf ist er dann gehen wir zurück in die server cfg und öffnen sie und gucken das war das irgendwo eintragen also weiter unten am besten ja und dann einfach mit start und dann so den ordner name eigentlich so wie immer und dann auf speichern übernehmen und fertig ja so schnell so einfach geht's gut leute falls ich das video so weit gefallen sollte dann lasst doch wie immer ein daumen nach oben da kommentieren abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder haut da rein und ciao ja